Auszugsweise Lesung aus Ernst Marti, Das Ätherische, erschienen im Zbinden Verlag. Lebensbildekräfte Nach den Formbildekräften, die den Bildekräfteleib konstituieren, sollen jetzt die Bildekräfte für die Lebenstätigkeiten geschildert werden. Man könnte dafür den Ausdruck wählen, der auch sonst in der Geisteswissenschaft verwendet wird, die Bildekräfte des Lebensleibes. Was sind Lebenstätigkeiten im hier gemeinten Sinne? Diesmal gehen wir vom Menschen aus. Man betrachte ein Kind, das geboren wird. Es macht seinen ersten Atemzug, zieht die Luft ein und atmet fortwährend sein ganzes Leben lang. Atmen ist eine Lebenstätigkeit. Zur Geburt hin hat es schon mitgebracht, die Zirkulation und die Fähigkeit, Körperwärme zu erzeugen. Dann bekommt das Kindlein zu trinken, die Ernährung beginnt. Es beginnt auch die Ausscheidung und der Ersatz der abgestoßenen Haut und der zugrunde gegangenen Blutzellen, die Wiederherstellung oder die Selbstreproduktion. Das Kind fängt an zu wachsen. Rudolf Steiner unterscheidet geisteswissenschaftlich sieben Lebensprozesse. Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung, Wachstum, Reproduktion. Es sind das alles bekannte Lebenstätigkeiten. Bloß die Erhaltung wird gewöhnlich nicht als eine eigene Tätigkeit aufgefasst. Es handelt sich da um Kräfte, die zum Beispiel bewirken, dass bei Menschen die zweiten Zähne jahrzehntelang halten, die bei Früchten die Haltbarkeit bewirken oder in Samen das Bewahren der Keimfähigkeit. Die Kräfte der sieben Lebensprozesse sind andere als die zuvor behandelten Bildekräfte. Was sind es für Kräfte? Es sind ja Kräfte des Ätherischen, sind Kräfte des Äthers oder Lebensleibes. Sie sind Erscheinungen des Lebens. Es müssen modifizierte Wirkungen von außerirdischen Himmelskörpern gefunden werden, die die vier Ätherkräfte in einem gemeinsamen Wirken im Lebensleib zusammenbringen. Was verwandelt das Streben der Ätherkräfte in die Peripherie, das die Erdenstoffe zerreißt, in ein aufbauendes, lebendiges Zusammenwirken? Rudolf Steiner schreibt, Dieser Übergang in das Formlose modifizieren die Sonnenwirkungen und Ähnliches aus dem Weltenraume. Wir können versuchen, diese Angabe zu verstehen, indem wir die Frage stellen, wer oder was ist denn überhaupt der Ursprung allen Lebens auf der Erde? Dann müssen wir sagen, die Sonne. Ohne Sonnenlicht und Sonnenwärme gibt es kein Leben auf der Erde. Die Sonne ist der Ursprung des Lebens. Leben ist eine Wirkung des Ätherleibes. Es muss also die Sonne im Weltenall die vier Äther zu einem Ur-Ätherleib zusammenfassen, von dem alles Leben auf der Erde kommt und der das Leben des ganzen Kosmos ist. Planetarischer Ursprung der Lebenskräfte Das Universum ist eine Ganzheit, das größte Individuum, das Ein und Alles und dieses All lebt. Das ist heute keine selbstverständliche Erkenntnis. Doch zeigt das All wie jedes Lebewesen die drei Grundtatsachen Form, Leben, Substanz. Die Sterne in ihrer Anordnung ergeben die Form. Die Erde ist seine Substantialität. Aber auch die Sterne haben Substanz und das Ganze lebt durch die Sonne mit ihren Wandelsternen. Die sieben Planeten sind das Leben der Welt. Das Weltall war einst viel lebendiger und die Menschheit und die Menschheit spürte und kannte dieses Leben. Das Allleben musste zurückgehen und seine Kenntnis verschwinden, damit der Mensch ein freies Selbstbewusstsein erlangen konnte. Bewusstseinsentwicklung geschieht immer auf Kosten von Lebensentwicklung, ist immer mit Devolution von Leben verbunden. Die Sonne bildet die vier Äther zum Lebensleib vereinigt. Ihr Leben wird modifiziert durch die Wirkungen der sechs anderen Planeten, aber die Sonne teilt ihnen ihr Leben mit, wie sie ihnen ihr Licht mitteilt. Man könnte auch sagen, jeder Planet bewirkt eine Lebenstätigkeit, aber ohne die Sonne wäre das nicht möglich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zur nächsten Lesung.